herz Willkommen auf den Kanal Stunogaming und heute schwimmen wir wieder wie ihr hier sehen könnt eine Runde Minecraft Insel und in der heutigen Folge habe ich vor auf jeden Fall ein bisschen aufzurüsten ihr seht auch schon ich habe 30 Level da unten ich spare aktuell aber noch auf 32 die Kurs weil dann kann ich zwei 30er Level machen ja darauf spare ich habe übrigens jetzt auch ein Schwert wie man hier sehen kann und ich fahre mir jetzt hier mal kurz ein bisschen wenn ich die Monster hier an der Krill ich weiß nicht wann aber es soll auch was ist das es soll auch irgendwie eine Mob Farm gebaut werden ja genau so wir sind jetzt Level 31 das passt auch perfekt wir könnten mal kurz gucken was das da hinten soll könnte auch tatsächlich ein Anfang von der Mob Farm sein ich gehe aber nicht mal von da aus irgendwas ist da glaube ich auf jeden Fall gebaut ja ich würde noch mal sagen ich würde hier kurz mal ne das Schwein lasst mir leben ist ein andermann ein Andermann ein Andermann ein andermann ein Andermann hier rein einfach die frage die ich mir gerade stelle ist wo der endermann ihn ist da oben habe ihn gesehen komm her endermann warum habe ich und die ganzen durchbewohner her ich brauche sie bin du auch in deines eventuell kommt noch online er sollte wollte eigentlich nur kommen ja ich habe eine whatsapp nach auch er kommt doch nicht er muss essen ob man kommt man schön hier noch kommt doch nicht er muss nämlich noch essen macht nichts dann spielen wir einfach ein bisschen alleine auch so viele fäden hier gar nicht wir gehen jetzt mal kurz eben darüber was da auch immer sein soll gehen wir mal gucken ich sehe da auf jeden fall irgendwas drin wurde hier gebaut er mich aber nicht weil hier tatsächlich leitern sind so dass das soll also es soll irgendwie okay es soll auf jeden fall irgendeine farm sein die frage ist nur was für eine keine ahnung was das sein soll oh hier ist ein eisenkuhl mir die xp und keine xp und was ist das hier warum ist hier zur hölle lava war sie das verstehen will es auch ehrlich gesagt nicht verstehen was hier schon wieder gebaut wurde ich brauche nur zwei leute Was war das gerade für ein Vieh? Also mein Aim ist nicht besonders gut. Nein, es darf jetzt noch nicht Tag werden. Äh, betreten, verboten, verboten, Eigentum von Maike, meine automatisch Farminsel. Wer hier klaut ist, ja okay, so gute Sachen sind er gar nicht dritt. Laterne, okay, auf jeden Fall will er anscheinend hier irgendwas bauen, hat deswegen da irgendwas. Nein, Hexe. Das hat er mich vergiftet, ey. Wer habe ich jetzt wegen dieser blöden Hexe? Wenn ja, ich mache hier mal kurz eine ganz schnell Basis, ein Spawnpoint. Oh, so. Die Sachen sind ja auch schon wieder alle kaputt. Ah, ich bin immerhin der 32. Irgendwo war doch hier dieses Farbengebiet, ne? Wo man irgendwie Sachen herkriegt zum Farben. Warte, habe ich das gebeten? Wenn ja, dann fliehe ich da am Hexe in kurz hin. Ich habe nämlich absolut keinen Bock da gerade hinzulaufen. Hier müsste das doch schon sein, oder nicht? Ich bin einfach perfekt gelandet. Das ist hier sogar noch. Warum ist hier so viel Bruchstein? Nein, also hier war auf jeden Fall einer drin. Das sieht man. Meine Rüstung ist auch nicht mal das allerbeste hier. Ah, ist sogar noch hier. Perfekt. Gut. Ich habe das Lapis vergessen, jetzt mal ehrlich. Also, kann man nur so blöd sein. Der ist in meiner Enderkiste. Habe ich Bock, das gerade zu holen? Die Antwort ist, muss ich ja. Also, ich kann zwei Level 30er machen. Muss ich mal kurz gucken. Nicht wundern, warum das bei euch so schwarze Linien hat. Das liegt daran, dass meine Taskbar in diesem Spiel nicht für euch sichtbar ist. Das heißt, ihr seht die Taskbar nicht. Wenn ich hier auf F11 drücke, dann seht ihr die nicht. Jetzt seht ihr die wieder, weil ich wieder Vollbild habe. Weil ich muss manchmal raustappen und dann ist es immer kacke, wenn das Spiel dann, also wenn das dann wieder rausgeht. Weil, ja, ist kacke. So, warte mal. Wir fliegen mal kurz zu mir. Ne, hier zu dem guten alten Peter. So. Ähm, die müsste tatsächlich hier oben sein. Ja, sie ist hier noch. Okay, wir haben ganz viel Labus. Das ist doch schon mal geil. Ähm, wir machen jetzt folgendes. Welches Rüstungsteil wollen wir denn eigentlich als erstes machen? Warum ist das schon so beschädigt, ey? Haltbarkeit 1, Kraft 1, äh, Kraft 3. Das könnte ich auch einen Bogen machen, tatsächlich. Ähm, aber wir machen jetzt erstmal tatsächlich das hier. Und eventuell auch das hier. Warte, eigentlich ist es schlauer, das als erstes zu tun. Jetzt zu machen, meine ich. Weil die am meisten gehen. So, fliegen wir hier einmal wieder rüber. Zusammen. Dann einmal hier hoch. Ey. Lass mich doch mal hier rein jetzt. Danke. Darf ich hier runter oder geht das nicht? Nein, doch. Ach, schade. Okay, so. Let's go. Äh, Labus und das. Bam. Schutz 4. Haltbarkeit 3, Schutz 4. Machen wir Schutz 4. Kann ich jetzt noch eine machen? Nö. Ernsthaft jetzt? Jetzt fehlt mir ein Level. Ja. Hm. Mir fehlt ein Level, dann hätte ich hier auch Schutz 4 drauf machen können. Schutz 2, Schutz 2 und Schutz 4 oder was? Ey, das kann doch jetzt wohl nicht war sein. Kann doch wohl jetzt nicht war sein. Kann doch nicht hier halt das. Ah ja, das kann nicht schümmeln. Gut, dann halt nicht. Also es gibt, glaube ich, äh, gibt's nur Schutz 4 oder gibt's auch noch mehr als Schutz 4? Ich weiß es gar nicht. Gut, immerhin haben wir jetzt eine Verzauberung. Das war schon mal geil. Also wie gesagt, wenn die XP-Farm dann endlich mal fertig ist, wenn Mike sich mal dazu bewegt, äh, die zu machen, ähm, dann werde ich die auf jeden Fall nutzen. Es war sehr viel XP-Farm. Ähm, ja. Weil das brauche ich auf jeden Fall. Weil ohne XP kein, ähm, Verzaubern. So, packen wir das hier mal einmal wieder rein. So, zack, zack. Ähm, das Eisen können wir jetzt hier auch mal kurz reinpacken, so. Okay, gut. Dann gehen wir hier einmal kurz gucken, ob da hier irgendwie noch Hühner hat, die wir killen können. Für XP? Nö. Der hat die irgendwie weggemacht. Das ist ja sehr schade. Aber wir nehmen auf jeden Fall das Weizen hier mal mit. Ähm, einfach nur, damit wir die Tür vermehren können. Weil dann krieg ich die und dann krieg ich nämlich auch XP. Weil ich will auf jeden Fall eigentlich noch heute, ähm, irgendwie versuchen, das Ganze hier noch zu verzaubern. Aber geht's schlecht, wenn man tatsächlich kein, ähm, Weizen hat. So. Gehen wir mal hier rüber. Zu den guten alten Kühen. So, dann ziehen wir hier mal kurz auch hier wieder aus. Ey, meine Maus geht nicht. Meine Maus. Ah, jetzt geht sie. Die hat gerade nicht reagiert. Aber bevor wir das machen, könnten wir hier auch nochmal kurz weiter. Also, die Rüstung wirklich zu machen, ist wirklich immer das, der böse. Blödes, der, weil du immer Level farmen musst, Level farmen musst. Und da ist halt eine Hyper-Farm eigentlich ganz geil. Aber ich hab auch keinen Bock, die zu machen. Vor allem, wenn die dann nicht funktioniert. Du musst vor allem alle Materialien auch einmal sammeln. Und wir machen das hier wirklich alles, also wir haben alles hier in Survival gemacht. Und, ähm, ja. Ne? Also, wir haben ja alles in Survival gemacht und so. Und das ist ein bisschen blöd, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir irgendwie dann auch so eine Farm haben. So. Gehen wir mal hier rein und vermehren eben die Kühe. Weil die droppen ja dann ein bisschen nicht das Pill. Dann kriegen wir auch noch welche. Dann kriegen wir auch wieder Leder. So. Wir könnten eigentlich auch so eine Art automatisierte Lederfarbe bauen. Das wäre auch ganz geil. So, jetzt. Oh. Mal die abziehen, damit die wieder repariert wird. Ah, das ist aber nicht zu viel, ne? Das ist ja miss. So, gar nichts. Ja doch, jetzt level ich sehr schnell. So, noch irgendwie, welche wir an nichts gegessen haben. Hm. Ah. Hier, das noch. Und das noch. Gut, wenn ich die einmal kille, dann habe ich auch wieder welche, ne? Ich glaube tatsächlich, dass die keine mehr gibt, nö. Na gut. Ich esse hier einmal was. So. Na, ist das wieder repariert? Jo, ne. Das Reparatur müssten wir auch mal gucken, dass wir noch welche kriegen. Aber jetzt kriege ich ja mal kurz ein paar. Ich brauche doch nur die Level 30 Verzauberung, Mensch. Die doch diese Hose noch verzaubern. Ja, er gibt mir das. Sag, sag. So, eine noch. Und warm. Gut. Kühe, ihr könnt wieder weiterleben. Ich mach mal hier kurz das da rein, weil das gehört denen da. So. Brauchen wir auf jeden Fall auch ein bisschen tatsächlich so, ja, wie sagt man, so Material. Polenwälder brauchen wir, genau. Fragt mich bitte nicht, warum die so heißen. Ich hab sie nicht so genannt. Und ich hab schon wieder alles vergessen. Boah. Kann man ehrlich nur so behindert sein, ne? Und das alles vergessen. So. Zack, zack, zack. Dann mal wieder rüber hier zur Enderkiste. Boah. Was hat der gegen geprallt, alter? So. Die Hose. Oder warte mal. Wir könnten auch tatsächlich gucken, ob wir hier noch irgendwas drauf kriegen. Oder kriegen wir jetzt nichts mehr hier drauf? Warte mal. Haben wir hier Bücher? Ja, da sind auch vier Bücher. Nehmen wir die auch mal mit? Aua. So. Okay. Die Netherite Hose. Habe ich jetzt Lapis mitgenommen. Ey, jetzt geht mich doch verarsch. Na gut, wir könnten mal kurz gucken, was uns das Buch geben würde. Einigung vier. Das braucht ja natürlich absolut kein Mensch. Und das gibt nochmal Schutz vier. Und das hier. Geht gar nicht. Ah, das geht ja gar nicht. Ah. Okay, dann müssen wir praktisch jetzt auch mit den Büchern arbeiten. Ja, okay. Aber das macht ja nichts. Jetzt habe ich einmal... Ja, habe ich es eben abgeschossen. Gut. Holen wir nochmal einmal. Aber... Holen wir noch einmal Dings. Lapis. Das können wir hier wieder reinpacken. Äh, die Bücher. Ja, ich nehme die mal kurz mit. Weil wir brauchen ja wirklich gar nichts von dem. Und dann kann ich auch einfach so eine Verzauberung tatsächlich nicht nehmen. Ähm, die Bücher. So. Zack, zack, zack. Jetzt aber. Ähm, die Hobsen. Schutz vier. Bam. Gut, dann haben wir doch jetzt schon mal Schutz vier. Jetzt könnten wir hier nochmal kurz irgendeine Behutsamkeit. Junge, schutzsicher. Schutzsicher hole ich mir einfach so. Äh, dann ist es der Gliederphysi. Schutz vier. Oh. Also, ich weiß nicht wieso, aber ich kriege jedes Mal Schutz vier Verzauberung. Ja, okay. Aber Schutz vier ist natürlich egal für die Hose. Äh, für die anderen zwei Teile. Deswegen lehre ich das mal lieber auf. Okay. Jetzt fehlen wir dann praktisch wieder Level vier. Äh, Level 30. Ähm. Ja, vier Level fehlen mir jetzt. Okay, okay. Aber jetzt ist es auch nicht mehr unbedingt so schwer, irgendwas zu farmen, weil man hat ja schon vieles. Deswegen acht ist nix. Wir gehen einmal hier hoch. Packen dann einmal die Hose rein. Und einmal Lapis rein. Und einmal die Bücher. Schlussliche eins braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich packe ja einfach mal rein. So. Ähm. Das ziehen wir wieder an. Und mehr habe ich auch nicht in meinem Moment. Oh, Schießpulver. Das wäre eigentlich angenommen. Auch ganz gut. Wir haben acht Enderperlen. Äh. Bücherregale. Die können da drinnen bleiben. Gut. Also ich habe jetzt zwei Dinge auf jeden Fall schon mal verzaubert. Das ist doch schon mal geil. Die sind jetzt beide auf. Ähm. Ja. Ihr wisst schon was. Gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gebt mir die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein. Euer Sando. Ciao, ciao.